Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem nackenschonenden Ganzkörpertraining. Generell ist es so, wenn wir unsere Arme über Kopf heben, dass wir oft unseren Nacken verspannen. Also das werden wir heute etwas vermeiden. Falls doch, denk daran, die Arme nur so hoch zu nehmen, wie du auch entspannt im Nacken sein kannst. Ganz wichtig für einen entspannten Nacken, auch bei den Übungen im Stehen, wenn wir also irgendeine Übung machen, die Beine trainieren, denk an deine Aufrichtung. Sobald wir uns aufrichten, können wir den Kopf ganz entspannt mit unserem Nacken halten. Wenn wir oben rund werden, dann muss eben die Nackenmuskulatur den schweren Kopf tragen. Also gleich an die Aufrichtung denken, deine Knie nach außen in Richtung Fußspitzen zeigen lassen. Wir sind in einer kleinen Grätsche. Brustbein anheben und jetzt lass die Schultern ganz locker nach hinten kreisen. Wir mobilisieren zuerst unsere Schultergelenke, unseren Schultergürtel. Hier ist Beweglichkeit wichtig für den Nacken. Erstmal ganz locker lassen, wirklich ohne Muskelkraft die Übungen ausführen. Dein Atem fließt. Sobald wir nämlich die Luft anhalten, machen wir das auch gerne, indem wir die Schultern hochziehen. Das sind Atemhilfsmuskeln, diese Schulterheber. Also locker lassen. Dann löst du wieder deine Schultern, lässt sie fallen, rollst im Wechsel deine Füße ab, Fußspitze, Ferse. Ganz locker, Arme locker lassen. Und wenn du jetzt rechts abrollst, geht deine rechte Schulter ein Stück zurück, links deine linke Schulter. Mobilisier Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, deine Wirbelsäule, deine Schultergelenke. Falls du merkst, dass du dich verspannst, dann lass einfach die Schultern wieder weg. Mach nur die Beine. Die Bewegung geht genauso weiter. Du lässt jetzt die Arme pendeln um deinen Körper herum. Nach rechts, nach links. Ich habe mir übrigens ein Handtuch zur Seite gelegt. Du kannst dir auch die Matte rollen, wenn wir nachher vor allem in der Rückenlage sind. Deinen Kopf etwas unterlagern. Dann ist es auch für den Nacken angenehmer. Das probieren wir aber nachher aus. Immer wieder aufrichten. Dann kommst du ganz langsam zur Mitte. Bleibst hier in der Mitte. Lass die Schultern fallen. Und setz dich nach unten in die Grätsche. Bleib so. Wichtig, Aufrichtung. Beide Füße belasten. Knie Richtung Fußspitzen. Oberschenkel in der Waagrechten. Und dann drückst du dich wieder nach oben und versuchst, die Innenseiten der Oberschenkel zueinander zu ziehen. Also richtig die Füße zueinander. Nochmal tief. Wenn du hochkommst, die Füße zueinander. Kraft Innenseiten. Kraft Innenseiten. Kraft Oberschenkel. Sehr gut. Deine Arme führst du jetzt locker vor und zwar mit den Handflächen in Richtung Decke. Zieh sie wieder zurück. Schultern zurück. Ellbogen nach hinten. Nochmal vor. Dein Tempo und zurück. Vor und zurück. Ganz bewusst. Wenn es nicht geht, Arme weglassen. Mach weiter. Und wenn du jetzt nach oben kommst, nimmst du deinen rechten Fuß zum linken. Schau mal so richtig bewusst. Dann kommst du tief. Linken Fuß zum rechten. Und tief. Arme hoch. Ab. Hoch. Ab. Fest zusammenziehen. Und tief. Geht noch. Noch acht. Noch sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte oben. Stopp. Fest zusammenziehen. Ganz fest zusammendrücken. Ganz kleine Bewegung jetzt nach hinten ausführen. Zurück, zurück, zurück. Bauchspannung. Noch vier. Drei. Zwei. Einen. Und einen Schritt machen. Nach rechts, nach links. Dabei so richtig die Beine auslockern. Die Arme auslockern. Immer wieder die Krone nach oben schieben. In Richtung Decke. Und jetzt geht der rechte Fuß in die rechte vordere Ecke von dir aus gesehen. Bleib hier vorne. Und jetzt geht der rechte Bein. Stopp. Ganz leicht gebeugtes Knie. Ganz ruhig lassen das Knie. Und das andere Bein tippt dran. Bauchspannung. Rücken gerade. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wieder nach hinten. Noch mal ran und weg. Kraft, Poren, Oberschenkel. Gehen noch zehn. Zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und noch zehn ohne tippen. Zehn, neun, nur wenn es geht. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und einen Schritt nach links und rechts. Oh, das gespürt. Po-Muskulatur. Gut. Ganz locker nach links und rechts. Und dann natürlich auch gleich die andere Seite. Linker Fuß, die linke Ecke, vorne bleiben, Knie ganz ruhig, wirklich stabil und zuerst mal tippen, ran und weg, Arme locker. Geht schon noch, oder? Noch vier, noch drei, noch zwei und jetzt nochmal in der Luft halten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen und auslockern. Sehr, sehr gut. So richtig ausschütteln. Wir kommen ein zweiter auf den Boden und zwar gleich in die Bauchlage. Po-Bisschen lockern. Jetzt, wenn du dein Handtuch hast, das kannst du gleich dann benutzen. Lass es erstmal an der Seite. Wir gehen nach unten. Deine Hände kreuzt du und du legst deine Stirn entspannt auf deine Hände. Also den Nacken so richtig schön lang werden lassen. Beide sind leicht gegrätscht. Hebe jetzt deinen rechten und linken Unterschenkel. Fußspitze anziehen. Bauch, Nabel vom Boden wegholen. Das geht natürlich nicht, aber gefühlt. Und den Kopf wirklich ablegen. Nacken entspannen. Schultern tief ziehen. Und jetzt hebst du einmal rechts dein Bein. Spür. Genau. Kraft gesäß. Wieder lösen. Wenn es jetzt unangenehm ist, kannst du dein Handtuch auch ganz gut unter deinen Beckenknochen, also hier drunter legen. Und wenn dir schwer fällt, das Bein zu heben, dann tust du dir leichter. Wechsel mal mit links. Es ist nämlich gar nicht so leicht, das Bein hier abzuheben. Also Handtuch unter deinen Bauch- und Beckenknochen, dann wirst du sehen, geht es einfacher. Immer im Wechsel rechts, links zuerst mal. Knackiger Po, unterer Rücken. Bleib jetzt bei einer Seite, mach kleine drei, zwei, eins und tief und links, zwei, eins und tief und rechts, drei, eins. Nochmal. Bleib rechts, kleine, hoch, tief, ganz kleine. Halte, streck dein Bein, lass den Oberschenkel oben. Du kannst das andere Bein jetzt auch gerne ausstrecken. Noch einmal. Letzte Runde, kleine, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und strecken. Und löse auf, entspann dich. Falls du mal zu mir schauen möchtest, dann dreh bitte immer den Kopf zur Seite, dann ist der Nacken auch entspannt. Also nie, nein, dass du anheben musst. Loslassen die Seite. Letzte Seite noch. Komm noch einmal in die Ausgangsposition. Heben. Und erstmal kleine, zehn, neun, acht, sieben, sechs. Bauchspannung. Halte, strecken, Oberschenkel schwebt. Und nochmal kleine, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und ein letztes Mal strecken beugen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Noch einen. Und kurz auflösen. Hochdrücken. Kurz entspannen. Locker lassen. Rücken nach hinten setzen. Den Po dehnen. Das ist eigentlich jetzt ganz angenehm. Hoffe ich. Und dann drückst du dich auf die Seite. Leg dich auf die Seite. Und auch hier kannst du jetzt dein Handtuch zur Hilfe nehmen, indem du den Kopf hier drauflegst. Komm zur Seite. Kannst du es auch dicker noch rollen, wie es für dich angenehm ist. Kannst du auch unter deine Hand drunter legen. Den Nacken sollte jetzt jedenfalls entspannt sein. Und wenn du den Ellbogen hier beugst, dann ist es bestimmt auch der Fall, oder? Gut. Beine im rechten Winkel. Oberes Bein nach unten. Die Ferse schiebt dich raus und dein Becken bleibt senkrecht. Also nicht nach vorne oder hinten, sondern senkrecht. Unter der Teile Luft. Spannung. Die Hand drückt in den Boden. Und jetzt hebst du dein Bein. Fußspitze zeigt eher so ein bisschen nach unten. Hoch. Ohne, dass sich hier was verändert. Vorsicht. Und tief. Hoch. Außenseite. Oberschenkel. Bleib oben klein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. Zweite Runde langsam hoch und tief. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und den letzten, die letzten 10, 9, höher, 8, 7, 6, 5, 4, 3, höher, halten. Halte hier und löse. Drück dich nach oben und locker aus, gleich die Seite wechseln. Andere Seite mit oder ohne dein Handtuch, rechter Winkel, Kopf ablegen, den Ellbogen beugen. Erst wieder die Position finden, Bein lang, unter der Taille Luft, Becken senkrecht, Bauch gespannt. Die Hand gibt etwas Druck in den Boden, merkt dann gleich, dass die Mitte stabil wird und jetzt kommst du wieder langsam hoch und tief. Bleib oben, kleine, 10, 9, 8, 7, so hoch es geht. 4, 3, 2, 1, zweite Runde langsam hoch, nicht ganz ab. Hat schon schwerer das Bein, die letzten, komm komm, jetzt nochmal höher, 10, 9, 8, 7, die letzten 6, 5, 2, halte kurz oben und löse auf. Super. Auslockern, dich nach oben drücken, hinsetzen. Jetzt lass einfach dein Handtuch so, dass du deinen Kopf drauflegen kannst. Oberschenkel fassen, in die Rückenlage, nach unten kommen, mit oder ohne Unterstützung hier. Angenehm, oder? Kurz die Beine ranziehen, klein werden. Deine Füße nacheinander aufstellen. Die stehen jetzt hüftschmal geöffnet. Lass die Beine locker und drück dann mit beiden Fußsohlen in den Boden, so, dass du jetzt dein Beckenstück anhebst und du nach oben kommst. Und zwar gar nicht so wahnsinnig weit nach oben. Jetzt schau nochmal, ob du es vielleicht, ob du weniger Handtuch benötigst unter deinem Kopf. Musst du ein bisschen selbst ausprobieren, was für dich angenehm ist. Komm maximal zu dein Schulterblattspitzen, nicht höher, dann hast du auch hier wieder mehr Belastung, also bis zu den Schulterblattspitzen und dann wieder ein Stück tief. Noch mal hoch und ein Stück tief. Kraftvoll mit den Füßen in den Boden drücken. Noch mal unterer Rücken, Gesäß, Rückseite, Oberschenkel. Bleib oben, kleine, hoch, ziehen. Immer, immer Druck. 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte oben und versuch deine Füße etwas enger jetzt zusammenzunehmen. Tippe einmal mit rechts nach vorne, wieder zurück und einmal mit links. Becken bleibt ruhig, stabil. Rechts und links im Wechsel nach vorne schieben. Ganz Körperspannung. Versuch jetzt, wenn du möchtest, sonst entweder weitermachen oder ein Bein halten. Gleich gebeugtes Knie, zweites Bein dazu. Halten. Körperspannung halten. Weiteratmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösern. Ranziehen. Du kannst auch mal deine Fersen nach oben schieben. Ausschütteln. Jetzt bleiben die Beine angezogen. Wir machen Bauchtraining, ohne dass wir unseren Kopf anheben. Das heißt, du lässt die Beine hier. Nimmst deine rechte Hand an den rechten Oberschenkel. Mit dem Handballen drückst du. Linkes Bein schiebst du nach unten weg. Linken Arm nach hinten. Stopp. Wenn du das Gefühl hast, das kannst du nicht halten. Alles gut. Bein aufstellen. Druck. Einatmen hoch. Wechseln. Aus. Druck, Druck, Druck. Also entweder ein Bein aufgestellt, der andere Seite drückt. Oder wenn du das Gefühl hast, es geht gut, dann streckst du dein Bein aus. Das ist der tiefe Bauchmuskel, der dich hier hält. Noch einmal. Lass deine Knie angezogen. Gib mit beiden Händen Druck. So fest, wie du kannst. Komm, 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 komm. Nacken entspannen. Mit den Handballen drücken. Das ist wichtig. Wenn du mit den Händen drückst, kommen vielleicht die Schultern hoch. Handballen. Und noch einmal rechts drückt. Links, wie du willst. Strecken oder aufstellen. Wechseln. Und beide Druck. Beide. Und noch einmal. Rechts Druck. Links Druck. Druck. Und beide. Komm, komm. Ich weiß, es wird heiß im Bauch. Macht nichts. Und Druck. Und Druck. Und beide. Letztes Mal, wenn du möchtest. Und Druck. Druck. Und Druck. Und Druck. Und beide. Vier, drei, zwei, einen. Und nacheinander abstellen. Locker lassen. Super. Beine in eine Grätsche. Arme in ein V. Deine ganze Bauchmuskulatur aufdehnen. Dann stell links auf. Dein rechtes Bein kreuzt. Wenn dir die Dehnung reicht, bleib. So ansonsten fasst dein linkes Bein. Knie rechts nach außen drücken. Dehnung im Gesäß. Mal lösen. Andere Seite. Kreuzen. Knie nach außen. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich immer über einen Kommentar nachher. Also gerne unten kommentieren, wie es dir so geht. Auch dem Nacken, wie es dem so geht. Löse. Nimm beide Fersen zur Decke. Und jetzt versuch beide Beine so weit, wie du kannst, zu strecken. Ruhig mit den Fußspitzen ein bisschen spielen. Anziehen, ranziehen, lösen. Noch weiter zur Decke strecken. Und das Schenkel fallen lassen. Nacheinander aufstellen, die Knie etwas breiter wie die Matte aufgestellt. Arme Seite. Lass deine Knie nach rechts, nach links kippen. Komm zur Seite. Dreh dich gleich mit drüber und stütze dich über die Seite nach oben. Jetzt kannst du dich Wendung kissen oder ein Handtuch hast, auch draufsetzen. Einen Moment. Egal, wie du sitzt. Hauptsache bequem. Und natürlich aufrecht. Lass die Schultern los. Dreh dich auf eine Seite. So weit, wie du kannst. Aufrichten. Und mit jedem Ausatmen so ein Stück weiter zurückziehen. Zur Mitte kommen. Wechseln. Andere Seite. Zur Mitte kommen. Einstürzen. Rücken rund. Rücken gerade. Gerade halten. Aufstellen einen Fuß. Komm ein zweiter auf die Füße. Stütze dich auf deine Oberschenkel und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Lockere dich aus. Ein Bein. Entweder nach hinten stellen, den unteren Rand nach vorne schieben, was du hier spürst. Oder Fuß fassen. Knie zusammen. Drück den Fuß gegen die Hand. Gleich wechseln. Anderes Bein. Entweder nach hinten stellen und Becken kippen oder hier Knie zusammen und den Fuß in die Hand drücken. Po anspannen. Also denk wirklich oft am Tag daran, deine Brustwirbelsäule zu bewegen, deine Schultergelenke zu bewegen. Und da oben möglichst beweglich bleiben und an die Haltung denken. Locker aus. Schüttel aus. Und jetzt versuch deine Arme mal anzuheben, ohne dass du den Nacken mit anhebst. Ausatmen locker. Noch mal einatmen lang. Kann auch die Arme weiter geöffnet sein, wie es für dich geht. Noch einmal. Wenn du willst, streckst du dich hier oder hier. Einfach langziehen in allen Richtungen. Vielleicht gibt es irgendeine Stelle, wo du dich gern noch hin dehnen möchtest, dann mach das. Komm zurück. Schüttel dich aus. Bleib aufrecht stehen. Mach ganz kleine Schüttel- und Rüttelbewegungen, bis du merkst, auch die Schultern machen mit. Und du kannst locker lassen. Wir haben den ganzen Körper einmal durchgestärkt. Einatmen, hochziehen. Ausatmen. Ganz bewusst die Schultern nach unten ziehen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Vielleicht hast du Lust, auf meinem Kanal mal in die Playlists reinzusehen. Da habe ich alle Videos geordnet nach Themen. Ansonsten gib in die Suchzeile ein. Zum Beispiel Nackengabi-Fastner oder Arme-Gabi-Fastner oder Kardio-Gabi-Fastner. Was auch immer. Dann findest du bestimmt auch Videos, die dir gefallen. Ansonsten freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, die graue Glocke drücken und auf alle. Dann bekommst du mit, wenn ein neues Video online geht von mir. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, danke schön. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Wenn du da unten mal rein siehst, kannst du mich mit, was es dir wert ist, 2,50 Euro im Monat, 5 Euro oder 10 Euro oder 20 unterstützen. Vielen, vielen Dank oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.